. Seid ihr jetzt irgendwann mal fertig? Mann, ich hab eigentlich gar keine Zeit für solche Spiräntien. Dann schlage ich vor, du beeilst dich. Umso eher wir hier fertig sind, umso eher kannst du wieder ins No Limits. Oh, 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 oh. John, ist jetzt egal. Ja, die Zeit läuft jetzt. Hättest du auch echt jemand anderes vernehmen können? Ja. Action! Ich setz mich rein. Komm, du fängst an. Einzelporträt. Ich kann eigentlich kein Fußball spielen. Weißt du aber, wem du ähnlich siehst? Mit derin. Ja, ich weiß nicht, Tom. Oh! Komm, noch ein bisschen rein. Komm, noch ein bisschen rein. Drei. Nein, ist schlecht. Du bist nicht jetzt nicht. Komm aus dem Busch raus. Da unten. Komm. Das war's für dich. I saw on that roof, we can't hear me. We can't sleep.